moin moin und herzlich willkommen zurück zu starfield ja wir die beiden schon wieder natürlich wir sind hier jetzt immer noch auf jameson in new atlantis wir haben die trauerfeier jetzt hinter uns gebracht und ich weiß eigentlich gar nicht was wir jetzt machen könnten oder sollten wir könnten ja jetzt hier für mich sieht das aus als könnten wir die hauptstory beenden da würde ich aber tatsächlich vielleicht mal hier machen wir die mantelquest mal hätte ich schon bock drauf fangen wir die endlich mal an die klingt ja immer so cool die und das landeck irgendwo eine kurze geschichte der zeit wie erstens bin ich das und zweitens warum bin ich jetzt so nah so belastende artefakte hinzufügen erstens wo ist das amyla eigentlich hier wenn wir den jetzt oder warte mal muss ich das ding irgendwie hier dazu bauen wenn ich jetzt noch mal raus gehe sein du bist im weg habe ich immer eine amyla was für dich aber du hast du was gutes für mich du kannst wohl gedanken lesen membran hinzugefügt dankeschön bis bald liebling so schiff wartungstechniker ich finde es gerade aber echt doof dass das mit der musik was ist mit der musik hier in dem spiel los warum musik gameplay zugänglichkeits jetzt ernsthaft warum ist keine musik da kann ich dir irgendwie helfen so klar nur zu habe ich jetzt wenn wir jetzt den hinein schlussbilder ich hier struktur waffen stationen aber lande buchten fracht nee cockpits was was ist das denn für ein cockpit nova galactic rückweg habe 3x nasa cockpit magela ok docker haben wir unten glaube ich eins ne antriebe treibstoff wo haben wir das haben wir das nicht hier ich hatte jetzt gedacht wir hätten doch irgendwo hier aber was ist jetzt wirklich im spiel mit der musik los so direkt ins cockpit ich finde das echt scheiße dass wir hier sogar keine musik mehr haben im hintergrund dann mal auf ins unbekannte fantastische aussicht so warte mal wo muss ich hin in die richtung ok ich muss erst mal irgendwie an jamison vorbei die nebula da ah ok dann fliegen wir erst mal nach cayenne ok kurz festlegen machen wir hier akila von da aus kommen wir wahrscheinlich eher besser dahin von da aus kommen wir wahrscheinlich eher besser dahin ja alles alles gut macht das mal ich muss weiter so ich will darin weiter ja so Fremsenfleet? Ähm Hallo? Was ist jetzt los? Hallo? Beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig dich. So. Bin ich jetzt ernsthaft? Was ist denn? Ich bin jetzt ernsthaft. So. Und da hinten haben wir auch noch einen. Wo ist denn der jetzt? So. Hier haben wir auch noch einen. Wo ist denn der hin? Zeitverschwendung. Ja. Ihr auch auf jeden Fall. Reaper. Das Ziel hat den Karten entliegt verloren. So. Ich hoffe, wir kriegen das wieder repariert. Von wo kamen die denn her? Und ich mag die Waffen nicht von dem Schiff. Guck mal. So. Wie weit ist das da? Auch fast 3000 Meter. Toll. Oder Meilen. Ich hoffe, wir kriegen das repariert. Willkommen. 500 Meter. Autsch. Okay. Hier sind immer noch 3000 Meter Meilen. So. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir alles eingesammelt. Der Nebula zur Karte. Geheime Außenposten. Wollen wir mal da hin? Na, aber jetzt, äh, wirklich. Was ist mit der Musik vom Spiel los? Mal sehen, was der Ball zu bieten hat. So. Verlassen. Wie viele Lebensformen es auf diesen Planeten wohl gibt? Finden wir es raus. Okay, warte. Verpiss dich. Drei. Zwei. Jetzt geht's los. Was war das? So. Geht schon super los hier. So, nehmen wir mit. Äh. Sarah? Ist versteck der Mantis? Du bist erledigt. Du bist erledigt. Es hat mal los. So. Nehmen wir auch mal alles mit. Gibt's hier noch mehr, Leute? Äh. Flora? Biom abgeschlossen? Wie Biom abgeschlossen? Hä? Null von drei, aber Biom ist abgeschlossen. Ah, warte mal. Im Schneegebiet gibt's hier wahrscheinlich keine Flora, ne? Oh, ich, ich kann aber auch gut treffen. Ich muss nachladen. Ist mir doch egal, dass du nachladen musst. So. So. Ach so. Wir heilen uns Gras selber. Perfekt. So. Nehmen wir auch noch mit. Und da wollen wir jetzt rein, ne? Hier soll die Mantis sein. Suchen wir die mal. Aber jetzt ist auch die Musik da, ne? Wenn wir im Kampf sind. Ich find's nur doof, dass die Musik nicht mehr da ist, wenn wir, äh, wenn wir, äh, wenn wir es ruhiger haben. Banken sitzen. Warte, was denn das? Toilettenpapierrolle. Eine Geschichte aus zwei Städten. So. Optional erfahre mehr über das Mantisversteck. Mutter ist... Die Mantis? Unmöglich. Die Mantis ist doch ein Märchen. Erfunden, um die Piraten unter Kontrolle zu halten. Naja, möglich ist es. Sie hat nie erzählt, wie sie in ihr ganzes Geld gekommen ist. Und sie hat immer alles im Griff. Das, äh, ist ziemlich heftig. Okay, Mantis war also eine Frau. So. Wieder überladen, natürlich. Weipers Nest. Alter, 50 Erfahrungspunkte für den. Aber... Also habe ich mich mit dem Anwalt getroffen. Bereit, es krachen zu lassen. Das Videotestament war... Emotional. Mutter und ich haben seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Mutter... Sah nicht gut aus. Aber sie war sie. Genauso irre und kryptisch wie immer. Ich bin fast überrascht, wenn ich an ihren Sohn erinnert habe. Das war starker Tobak. Fast berührend. Aber dann kam die Porn. Kein Erbe, bis ich mich zur Mutters geheimer Basis begebe. Auf den Nebula 1b. Und sie endet nicht mit, ich hab dich lieb oder ich bin stolz auf dich. Nein. Sig Semper Tyrannis. Meine Güte. Immer dieses dumme lateinische Sprichwort. Ständig wiederholt sie das blöde Ding. Danke Mutter. Tausend Dank auch. Okay, äh... So, warte, jetzt sind wir gerade hier bei. Hierfür gibt's nix. Den können wir aber... hier hinsetzen. Und den darf ich hier hin. So, der hat hier Platz. Irgendwo. Eigentlich eher hier. Der hat hier auch Platz. So, wenn ich den hier hinsetze... Ja, perfekt. So, dann nehmen wir das mit. Das nimmt. Das. Und das. Auch wenn wir überladen sind, wir nehmen trotzdem einfach alles mit. So, nehmen wir mit. Ich glaub, von da kamen wir. So. Hier liegen aber auch einige Tote. Haben wir auch alles mitgenommen? Was hier rumliegen könnte? Vor allem diese, äh... Notizsachen. Wird ja sein können, dass wir da wieder was vergessen haben. Übersehen. Hier, was... Äh... Pennen wir mal eine Stunde. 15 Stunden dauert hier eine. Äh... Was ist los? War das zu viel für dich? Ich sag da mal nichts. War das zu viel für mich? Will ich wissen, was passiert ist, während die hier... Äh... Geschlafen haben? Warte mal. Äh... Das finde ich schon mal super. Wie verpackt... Will das... Will das Game jetzt sein? Das Game ist ja richtig verpackt in letzter Zeit. Wenn du Schäuble hast, dann schräg. Wir müssen uns zurückziehen! Ich sag den Tag, um mich zu nerven! Ich sag den Tag, um mich zu nerven! Ich sag den Tag, um mich zu nerven! Ja, ich sag den Tag! Lecker! Was? ich lasse dich nicht entkommen hallo ich schieße die auch alle zu klumpen, ja da ist schon der nächste so und lange Schiffsreparatur ich lasse dich mal in Ruhe also nehme ich nicht mit warte mal, ich glaube bei dem brauche ich alter äh Ehm, Igel. Und sich den hier mal... Wieso treffe ich den gar nicht? So. Ah, okay. Dann haben wir hier noch Cradles und Chunks. Ja, den... ...sehe ich auch. So, verbrauchen. Gibt's hier noch mehr zum verbrauchen? Ich muss Gesundheit wieder vollkriegen. Hier, noch ein Meister-Safe. Wenn ich den hier mal hinsetze. Okay, der passt dann zumindest da hin. Gut. So, mal kurz überlegen wegen dem hier. Der könnte hier reinpassen. Der könnte hier rein passen. Der aber nicht hier hin. Der aber auch nicht, verdammt. Das heißt, den muss ich rückgängig machen. Ich habe aber auch nicht mehr allzu viele D-Dietre hier. Den kann ich nicht machen. Oder warte, kann ich den da hin machen? Ich könnte den da hin setzen und dafür den hier unten hin. Würde ich hier den machen wollen? Und schau noch mal... Perfekt. Okay. Ich hinterfrag bei dem einen nicht, was da gewesen ist. aber wir gehen mal weiter runter beziehungsweise warte mal ich benutze mal eine andere waffe jetzt hier haben die aber auch viele bürger anzukopfen jäger so dann haben wir hier noch helden navigator so hier ist noch mal jemand tot lichtbogen schweißer schwere waffe legendär apropos wir haben hier jetzt wir haben essen eingesammelt wo haben wir die box rock genau so destilliertes wasser frost wolf getränkte verbinde heilgel herz immobilisator infantry alpha injektor medipack neurojack hatten wir nicht so viel essen schlangen ok hier soba squall snaps alpha terra brulatte ich hatte jetzt gedacht wir hätten mehr essen ich hatte jetzt gedacht wir hätten mehr essen eingesammelt ich glaube da müssen wir lang oder warte da liegt ein toter ich gehe erstmal in die richtung und wir machen da erstmal alles frei und sammeln ein beziehungsweise vielleicht können wir auch so die müssen jetzt tot sein komm zera du bist im weg wieder ein level 30 typ da ist er da ist er so kriegen wir den hin ferulanten den schnapp dir was nützlich ist lass den rest da ich nehme einfach alles mit wer ist denn das da wer ist denn das da jetzt sprich mit livi wer ist denn jetzt livi die lehren wo klein hab ich ihn getötet haben die ihn getötet und und wieder aufmachen hier natürlich so das hätte hier platz der hätte hier platz da könnte ich hier passen passen ich würde sagen wir nehmen den und den dann hätten wir das hier noch und das hier so das wäre hier zu viel aber das könnte ja perfekt der koffer ist leer ernsthaft der notizblock aber hier röcherlachsfilet mit dem juli okay reden wir mal mit dem juli wir wären ja sonst von hier gekommen ja wir wären von hier gekommen Die beiden hatten wir gelootet. Shadow, du bist im Weg. Der Typ tut mir leid. Und wer war jetzt das da? Oh, noch ein Ding. Fehlversuch, CRDs, Absolute, Business, Guardians, Stealing, Amantas. So, wer bist du? Levy? Erlebt man nicht alle Tage, dass Spacer sich ergeben? Sag schon, wer bist du? Du musst dich schon nützlich machen, wenn ich die verschonen soll. Sieht aus, als ob ihr hier ganz schön gelitten hättet. Wie hast du dich denn um die Fallen gekümmert? Nein, wenn ich dir das sage, verliere ich mein Druckmittel. Die sind genial. Hat eine Menge Leben gekostet, sie zu finden. Du musst dich schon nützlich machen, wenn ich die verschone. Sieht so aus, als hätte die ganz schön gelitten. Stimmt, fast mein ganzes Team ist tot. Und der Korridor hier ist einfach übel. Aber ich habe die Lösung. Im Boden sind Buchstaben. Ist ein Muster. Da muss irgendwas stehen. Aber es gibt so viele Wörter oder kurze Sätze. Du bist schlau, als du aussiehst. Klingt ziemlich offensichtlich. Wie viele Wörter hast du ausprobiert? Fünf? Sechs? War schwer, Freiwillige zu finden. Ich dachte, Bin Mantis ist endlich richtig. Armer Fred. Du bist schlau, als du aussiehst. Warum sagen das immer alle? Ich habe dir geholfen. Darf ich jetzt gehen? Oder ich könnte dir weiterhelfen. Ich kenne die Fallen. Ich weiß, wie die Mantis tickt. Bitte, lass mich mithelfen. Und gib mir einen Anteil des Schatzes. Du kannst mir vertrauen. Ich halte mich für ziemlich verständnisvoll und sehe gern das Beste in jedem Menschen. Aber in diesem Fall bin ich mir nicht so sicher. Äh, wenn du mich hintergehst, stirbst du? Keine Chance noch irgendwelche letzten Worte, Levi? Verschwinde, nein, wegbrauche ich dich nicht. Denkst du wirklich, dass ich dir vertraue? Vertrauen ist vielleicht zu extrem. Wir brauchen uns. Also helfen wir uns. Wie wäre es, wenn wir erstmal abwarten, wie die Sache läuft? Wenn du mich hintergehst, stirbst du. Ein waschechter Spacer. Du wirst es nicht bereuen. Ich bleibe hier. Und, tja, viel Glück. So, gibt es hier noch welche, die leben? Ähm. Ah, hier. Bin Mantis hatte nicht funktioniert, hat er gesagt. Sicher ist da was Praktisches für uns dabei. Ähm. Autsch. Das war jetzt überraschend. Kann ich die kaputt machen? Erster Schrott. So, machen wir Traumattack. So, nächster. Und der letzte. So, ist Livy noch da? Oder ist er auch tot? Also. Also. Ich finde das komisch, dass es mittlerweile wieder so extrem verbuggt ist. So, Experte, hier können wir auch mal knacken wieder. So, erstmal mit den großen hier, machen wir erstmal den hier weg und den hier, der passt hier rein, da passt hier aber nur der kleine rein. So, warte mal, wenn wir... Perfekt, haben wir ihn gekriegt. Ja. Äh. Okay. Also die nächste Falle kommt jetzt auf uns zu, oder wie? Sarah, genau hier bist du richtig. So. Danke, Sarah. Erstmal mich wegschieben und dann flirten hier. So, hier müsste jetzt die nächste sein, ne? Äh, was sind das denn jetzt für zwei Markierungen? Roboter-Modell A. Kann ich den jetzt nicht mehr looten, oder was? Oh, Bethesda. Das Spiel war... Das Spiel war doch noch so gut vor ein paar Wochen. Und dann kam ein gewisser Update, ein gewisses Update und schon ist alles nübe, oder wie? Warte mal. Ich konnte dir das Versteck leider nie zeigen. Es ist ein Geheimnis, das seit über 100 Jahren weitergereicht wurde. Nach strengen Regeln. Erinnerst du dich, als du ein Teenager warst? Das Training und die Übungen. All das sollte dich auf diesen Moment vorbereiten. Ich glaube an dich, Leon. Jetzt gehört der Schatz der Mantis mir! Das wird... Halt! Mach aus! Mach aus! Sei lieber gründlich! Okay, ihn äh... Sarah, hast du das? Hast du ihn umgelegt? Ebene 0. Gibt's hier noch mehr? 40 Meter in die Richtung. Äh, gibt's noch was? So, okay, wir können jetzt in die Richtung hier gehen. Davon haben wir auf jeden Fall schon mal ein Schiff. Du hast es geschafft! Das Verstecker wird jetzt liebens. Dies ist alles, was du brauchst, um zur Mantis zu werden, mein Junge. Ich war nicht die beste Mutter. In der Zeit, die uns noch bleibt. Ich stehe und sei eine bessere Mantis. Ein besserer Mensch als ich. Äh, okay, noch ein Roboterhund. Ui, 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 wir werden schnell. Wo ist denn der Roboterhund? Wo ist denn Sarah? Äh, wo ist denn Sarah? Die waren hier drin, ne? So, Waffenkoffer. Wenn du überladen bist, solltest du anhalten und ausmisten. Vielleicht will ich nicht ausmisten. Vielleicht will ich alles haben. So. Hier kann ich verbrauchen. 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 Lebensmittel kann ich alle verbrauchen. 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 Notizblock. Gibt es hier noch mehr zum Verbrauchen? Was ist denn das? Kondome kann ich nicht verbrauchen. Schönes Doppelbirt. Was haben wir da? Anzug Checker Allianz. Das ist eigentlich... Eigentlich an sich eine hübsche Bude. So, was haben wir hier? Credits. Mikroskop. Was ist denn das da? Industrielle Werkbank. So, hier müssen wir auch noch mal aufmachen. Mh... Der passt hier wieder nicht. Machen wir mal so. Der passt hier. Der passt dann da unten hin. So, der könnte hier hin passen. Und der da hin. Okay. Amuseorten und das... Das Prosium. Nein, Tablettenflächen wollte ich jetzt nicht. Egal. Digit Tritt nehmen wir mit. So, was haben wir hier noch? Anzugwerkbank. Antimikrobiriell. Und das ist jetzt die Mantis. Äh... Okay, sieht schon cool aus. Kann der Seran ziehen? Wir erfahren mehr über die Mantis. Beziehungsweise das versteckte Mantis. Das Schiff der Mantis können wir ja jetzt übernehmen. Aber mehr hier zu erfahren... Weiß ich jetzt nicht wo. Aber hier ist Sarah. Warte mal. Ah, gerade ist mein Tag schöner geworden. Lässt du mir ein paar Sachen da? Ähm... So, warte mal. Äh... Anzüge. Hier, äh... Will ich mal rüber geben. Äh... Rucksack. Hier. Gebe ich hier auch mal rüber. So, wo haben wir... Hier. Und dann können wir Sarah das... Ausrüsten. Hier ausrüsten. Hier ausrüsten. Und hier ausrüsten. So, was hat die denn hier bewahren? Waffen, Orion und Equinox. Gib acht, darling. So, dann hat die, äh... Von, äh... Dings hier. Die Mantis Outfit. Sie, also meine liebste Begleitung bisher? Sie haben hier keinen Zutritt. Ich eröffne schon. Ja, komm. Okay, der ist ein bisschen härter. Komm, geh drauf! Jetzt dürfte keiner mehr da sein von denen, oder? So, das da soll die Mantis sein. So, der liegt hier. Nimm keinen Schrott mit. Doch! Wer weiß, wofür wir das früher oder später brauchen können, ja? Mantischschiff aktivieren. So, ich war aber hier jetzt noch nicht fertig. Mit Gucken und Erbunden. Warte, das ist die. Antimikoriel wieder. Hier haben wir wieder eine Million Werkzeuge. Battlestim. Und Lichtmittel. Perfekt. Okay, gehen wir mal zum Schiff. Okay. 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 So, ich muss wieder nach draußen. Den ganzen Weg zurück, oder wie? Ey, aber das finde ich jetzt cool hier, äh, mit so einem Geheimversteck quasi fürs Schiff. Das ist jetzt wirklich cool. So. Komm Sarah. Okay, hier. Müssen wir erstmal Tür öffnen. Tür wird geöffnet abgeschlossen. So. Sehr gut, Leon. Du hast es fast geschafft. Ich weiß, dass du es schwer hattest. Dementis zu sein, ist eine schwere Last. Aber du kannst so viel Gutes tun. Den Spacern und Piraten das Fürchten lehren. Ihnen klar machen, dass manche Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Du hast das Zeug dazu, Leon. Ich weiß es. Konzentriere dich weiter. Es ist nicht mehr weit. Okay, äh, versteckter Mantis. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich neugierig. Sarah sieht da dann echt cool aus, finde ich. so. Sarah und ich. So. Nee, äh, ich wollte das so machen. Okay, das scheint ja ein Riesenschiff zu sein. Äh, Kraft aus dem Jenseits. Aktualisiert. Wir haben wieder einen Skillpunkt bekommen. Nice. Äh, ich wollte hier aber in Forschung mal wieder reingehen. Anzugdesign vielleicht. So. Razor Lee. Will ich mir mal ansehen, das Schiff. so. Versteckter Mantis. Ah, hier ist direkt schon Kapitänskajüte. Medipack nehmen wir mit. Das essen wir. Gesundheit ist voll. Leere Chunkspackung. Und hier geht's direkt zum Cockpit. Okay. Schleudersitz direkt hier. Credits, Cesium, Titan. Will ich all diese Sachen mit dir rumschleppen? Ja, muss ich. Es ist wichtig. Hallo, Sarah. So, da ging's aber noch nach oben. Jetzt will ich wissen, was oben ist. Das Schiff macht mich neugierig. So, Waffenkoffer hat hier nichts. Äh, Varun, Sternscherbe. Hier haben wir auf jeden Fall Grumbeat. Magshare. Wir haben hier auf jeden Fall Waffen. Äh, Kartusche, Kartusche, Schroppel. Ich nehme das alles mal mit. Achso, mehr hat das Schiff nicht. Ist doch viel kleiner als ich gedacht. Warum liegt hier jetzt alles rum? Äh, ich nehme auf jeden Fall das Schiff mit. Also, ich will meine Flotte auf jeden Fall erweitern. Eine dicke Flotte haben. Ist doch aber schon ein kleines Schiff. Fester Orbit erreicht. So, warte mal. So, Alpha Centauri hätten wir da hinten. Wir fliegen wieder zurück, ja? So, Kurs festlegen, Sprung. Ist aber schon ein süßes Raumschiff, muss man sagen. Der ist schon süß. Und wir sind da. Du befindest dich im UC-Raum. Kurs beibehalten, während wir noch Schmuggelware scannen. Ja, mach mal. Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis. So, erstmal wieder zum Raumhafen. Äh, New Atlantis. Stellen des Typs M, B und A haben die wenigsten Planeten. Ah, okay. Wir werden irgendwann alle einmal erkundet haben. Das sage ich schon mal so. Also, alle Biome und so weiter. Ich will... Hey, äh. Können wir auf die Chunks diesmal verzichten? Mein Magen dankt. Äh, kein Problem. Ich will aber die Schiffe wieder tauschen. Willst du irgendwas abladen? Die Handels... Klar, nur zu. So, Razorleaf. Sieht aber auch cool aus. So, Ergonian Might. Star Eagle. Gefängnisshuttle. Dragonfire. Das ist das, was ich jetzt als Heimatschiff wieder haben will. So, was hat er eigentlich nochmal im Angebot? Findest sicher was, was dir gefällt. Hat bestimmt schon einiges. Rambler hat er. Die Galileo 2. Crossbow. Die sieht auch ganz cool aus, finde ich. Was kostet die 268.000 und ich habe 300.000. Blackhawk. Wendigo 2. Und den K4 2. Dann den Shieldbreaker. Na, ich spare mal. Aber dann würde ich sagen, hier sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben jetzt wieder unser Schiff ausgerüstet. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, wir haben jetzt in der nächsten Folge wieder hombre.